Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und diesmal ist es kein Let's Play, sondern ein Test und ich bin überglücklich, ich habe es geschafft, ich bin der Meister und natürlich will ich noch danken, VirtualDub, weil VirtualDub einfach das allerbeste Programm ist, was es gibt und mit Fraps zusammen ist es in der Komplimation das beste, denn ich habe den In-Game-Sound und da auch noch meine Stimme aufnehmen können und das nicht einzeln, weil ich weiß, ich bin der Beste, man ich kann VirtualDub und Fraps nicht genug danken, weil, ach du Scheiße, ich bin so glücklich, oh mein Gott, so glücklich bin ich, jetzt sind die Let's Plays mit VirtualDub und ich mit Eulett, Scheiß auf Eulett, ähm, aufgenommen und zwar ist es, äh, also ist es mit Eulett aufgenommen, ähm, er mit Eulett mit VirtualDub ist es nicht aufgenommen, aber der ist, den Bildschirm zeigt es damit an und, ähm, mit Fraps nehme ich auf und zwar, ja, und darum habe ich jetzt hier so ein bisschen Rum-G2 getan, muss ich sagen, es war ziemlich knifflig, aber ich habe es dennoch geschafft und ich spiele hier auf, so, ähm, ja, und jetzt können wir auch, jetzt hören die mich beim Let's Plays und den In-Game-Sound auch und ich hoffe, das lag nicht allzu doll, weil ich kann da noch was, fuck, verändern Tja, ist ja auch egal, wir gewinnen sowieso, das war ein kleines Test-Gameplay und wir sehen uns wahrscheinlich morgen Die Part, die Part, was ich heute hochladen werde, ähm, gehört zu den Part, was ich, ja, jetzt, ähm, davor gemacht habe und nicht jetzt rausgefunden habe Also, tja, ich glaube, ähm, also ich lade heute Nacht alles hoch Ich glaube, ich fange gleich damit an und werde morgen 7.500, leck mich fett Jawolle Tja, ähm, werde es sowieso noch schnell umwandeln, ähm, und dann habe ich es, ich bin letzter, ich bin stolz Ist mir auch wurscht, Hauptsache es geht, ja Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play Gameplay, whatever, whatever, ähm, ja Ciao, bis zum nächsten Mal Euer Ultramaster LP